ich muss halt ich glaube ich habe genau das gefühl ich muss auch was jungs was ihr sagt es ist ja nicht verboten sagen wir es so ich hab mal gelmo zu werden darf ich stehen darf ich stehen ich weiß ich sag was ich jetzt vor mir gecrashed ne man ich schaff 06 nicht mach doch ein secret der mc ist auch gecrashed scheiß ist mein mc gecrashed na bin wir da schicken und ist der der nicht ich weiß es nicht er hat mich gerade angeschrieben ich habe drei einsam moment um man hätte ich fast gehabt ich jetzt ja das wäre halbfinish gewesen hätte ich das war gehabt aber nein ich hab zwei jungen außer ich habe auch nicht ich hab noch nie so gut gespielt ich war eine halbe sekunde gefällt sind ich weiß nicht die legende wird zwölf prozent von alle bei 40 hat auch geschafft hat mich gerade auch geschafft so ich springe jetzt noch mal als spectator mit mir wenn ich jetzt noch mal so mit springen sollen noch mal erst der gewissen wer das ton ist okay mir gefällt warum das ja auch gecrasht digga monster tv in game aufs jump Burn it up, elf. Ähm. Verpiss dich, Schwab da. Ähm. Hallo. Gehst du raus? Gehst du raus, bitte? Warum? Nicht mit springen. Keiner, was schreit dran, spring ich mit, ne? Felix, das ist dumm, mitzuspringen, weil du dann alle verwirrst in Skorboard. Ich weiß, ich bin auch rausgegangen. Hey, Mann, ich hätte in der ersten Runde so erster werden können, hätte ich die Jukebox nicht so kennengelernt. Hey, ich bin 10 Sekunden im Web. Haha, ich hab's gesehen. Ding, Nico. Mann, ich kann die Jukebox eigentlich, Mann, hätte ich das nicht gefällt, wäre ich erster gewesen und ich wird drehen. Ich schau mir jetzt das Replay von Skorboard an. Was war das bitte für ein Finish? Hauptsache, du gehst nicht zu viel, bitte. Mhm. Ich hab gefehlt. Chris ist raus. Hat Sven die zweite Runde? Ja. Also er ist aber dann nicht raus, er hat nur das kleine Finale. Ich hab's gesehen. Da hätte ich die drei ersten League-Tabs verkacken. Digga, lag über 12% voreinander. wieder zweiter das recht heute ach man ich bin zweimal hintereinander zweiter ich werde wenig du bist aber geliebt also wenn nichts weiter mache ich gerade das ist richtig war sogar glaube ich voll oder gleich auf die linie aufs hat gefällt lennox hat auf jeden fall gefällt weil ich zweimal zweiter das Den Cut weh, nicht den beim 5 oder 4, was das wohl immer ist. Hm, das bin ich jetzt safe gesprungen, da krieg ich gar nix. Springer fliegt alles safe. War halt zu safe. Ey, das sind voll die 6-Nuten-Module. War so gejoked. Ja, Chris wird in der dritten Runde auch nicht weiterkommen. Ich hab gefehlt. Oh, man. Na, hä? Seit wann geht das? Ich hab grad was gemacht, was ich nicht wusste, das geht und bin dadurch gefehlt. Ja, das geht auch eigentlich nicht. Es macht gar keinen Sinn, dass das gerade passiert ist. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, du hast es nicht, oder? Nice. Ja. Gönn dir. Außer der Fels ist super heiß. War das dritte Runde? Oder vierte? Dritte. Fuck. Und ich hab vier Fails. Ähm. Ah, ne, Butter hat's, Butter hat's. Ja? Äh, hat's. Ja, das war's. Man nennt ihn Butter. Nee, Butter hat's. Butterleiter. Nochmal gefailt. Ja, er hat's, er hat's. Aber Kahn hat's, Kahn hat's, Kahn hat's. Ja! Ja! Ich kann nicht schreiben. Aber jetzt kommst du safe weiter Radart willkommen. Pick, eine Los. Nein. aber ich habe mich jetzt so ein nein gut das war's schade 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 kommt er hat auch gefällt als nicht komplett aber von unten kommt er ist aber auch kommen zwei kommen tiger 5 sekunden alle drei ja weil die hartmut ist zu schwer das erste eine kennt den katten ich hatte aber trotzdem geschafft vier sekunden in der grusteller 10 musste durchspringen ist die einzige chance oder er hat gefällt erst vier sekunden hinter dir ich habe die sekunden hinter dir nein das hat zwei sekunden 2 ja ich bin zwar hier alles gleich aber hinter dir das ist jetzt mit vielen zwei und noch ja erste runde fliegen zwei so hilfe was tue ich einfach eben erst jetzt einfach fünf letzte ich glaube gerade das frage und wir anders und das ist ja kein daraus dass jungen daraus geflogen ist wir sind in der runde und ich möchte mich dann konzentrieren mann und sind die mit ihre genaue ich habe fette eier ich hatte fette eier unten gefehlt ich hatte zu fette eier alter warum mache ich den rechten cut das zum fick ich werde auch die ganze zeit die erste runde wir sind so ein kings er könnte aber alle fehlende dumm wichser ich hasse dieses modul ich bin so fett warum konzentriere ich mich denn nicht doch nicht hier bei der erste runde raus sondern briefkasten und ich ja ich bin sowas von raus ja ich bin sowas von fett raus nein ich bin raus nein ich bin glaube ich raus mehr halos und ich sind raus ich bin sowas von luke ich bin sowas von luke ich mache einfach dann habe ich was zum hochladen noch gleich dann ist es noch weiter hoch da muss ich mir war anstrengend natürlich 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 scheiße oh ich hätte so ein rex moment und für den haben die alle einen cut genommen den ich kenne oder naja du bist das eine modul hat echt selbst gesprungen aber ist ja nicht schlimm das ist schon so oft passiert ja das ist ein halber hättetag glaube ich oder irgendwas nein egal du bist noch weiter mit jetzt ich weiß ob dein herr hätteter ist ja nicht so ein ganzer hätteter war also ich habe den bodo springstürste ich weiß nicht es wird schon wieder so knapp ich bin vorhin geteilt das ist doch scheiße ich dachte ich choked dann wäre ich heulen gegangen was ich habe dich ich kann auch nein macht denn doch nicht briefersten job überstehen solcher passione ohne kurzmann auch noch drin ich hab meine maus am anfang von dem modul noch noch mal das ich bin einfach stehen geblieben hat das aber safe gemacht da kenne ich nix stadt gerade so zum glück spiele ich die runde nicht um 2 kann ich gar nicht so nervig gut gut ich spreche das schon wieder da bist du echt gut gesprungen bin ich ehrlich du hast alle damit überholt außer amester gar nicht mal den cut genommen sprichst du das so komisch ist doch normal ich wollte oben ran gehen ich bin fett ich geh unten lang du hast eh zweiter das bringt ja nicht so viel glück 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 Hey du Suck, ich sehe. hamster fällt ja schon lustig wenn hamster jetzt einfach rausfliegt hamster wird das eh wieder alles aufhören weil er danach nicht mehr fällt gott alter ja bei sowas werde ich das immer mal fertig das nicht so oft aber bei so lebt von ihnen gott sei dank es ist mir alles egal was passiert ja jetzt hast du es dann planer jetzt nicht den ding ins feld und du ihn auch fällst ja planer hat eine runde nico kino runde die frage auf die briefkasten einer von beiden so ich gehe ganz kurz einmal das große finale das wird ein 50 50 zwischen 20 und 20 und 20 aber ich gucke natürlich jetzt wieder die wer springt bei euch mit der nicht mehr drin ist briefkasten ob doch briefkasten das erste das war es mit erster Okay. Nein, da hatte ich ein Drecksmomentum dafür. Bring einen Briefkasten mit, nein, das sind wir noch drei, ich dachte schon. Spongebob kommt, muss ich nicht so bleiben. Ich bin ehrlich, du kannst eigentlich nicht so gut wie stehen bleiben. Nö, ich will den Null mitnehmen. Oh, ja, hast du den Null mitgenommen? Hamster, Hamster, bitte mal, Hamster, Hamsterbacke. Naja, er hat noch ein bisschen dazu. Ja, es ist eh wieder, so. Na, er ist am Ziel. Die springt durch! Boom! Boom! Gesehen, Sven? Ja, okay. So, rein da. Auf zum Mikro. Nein. Die springt durch! Oh, Blanovax Lieblingsmodul. Ja, Blanovax ist hinter allen. Das war deutlich. Fuck. Haben sie es auch gefällt. Egal, hinter 4. Das ist richtig. Problem. Aber Blano hat er auch gefällt. Aber trotzdem ist er halt noch vor dir. Das ist grad nicht passiert, oder? Ah. Failed, Blano, komm. Chris lacht dich aus. Egal, Top 4 reicht mir. Ich gucke. Wer hat er geschrieben? Grüß. Jetzt schreibe ich was. Gut. Ich guck mal drei. Das war ganz nett. Ich bin zu verraten. Das wird wieder hochgeladen. Hahahaha. Das war's für heute.